Wenn ihr langsam genug habt von den hunderten Videos, die wir gemacht haben, dann kommen wir doch jetzt live in den Treff, denn ab heute haben wir wieder offen. 100 Likes mehr auf Facebook. Danke euch. Geht es euch weiter. Wir danken allen ganz fest, die fleissig mitgeholfen und Videos gemacht haben. Kommen doch mal dabei und kommen zusammen anstossen. Endlich hat der Treff jetzt wieder offen, nach so langem Warten. Jetzt müsst ihr euch das einfach mal anschauen. Bis bald. Tschüss. Endlich wieder zusammen spielen, zusammen trinken, das Essen geniessen. Ich freue mich auf euch. Ihr habt viel Geduld gehabt. Wie gesagt, über 100 Videos später sind wir wieder am Punkt, wo wir für euch hier sein können und das werden wir auch mit vollem Herzblut. Darum, wir freuen uns auf euch. Aber keine Angst, in Zukunft werdet ihr immer noch unsere tollen Videos geniessen können. Aber einfach nur so oft. Ja und ich möchte euch allen ein Dank sagen, liebes Team. Ich habe den riesen Arbeit geleistet. Und ja, kommt in den Treff. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.